Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So, da wären wir wieder. Ja, und das, was Sie jetzt gerade gesehen haben, das war schon hohe Schule. Und auch bei Ihren kleinen Profis zu Hause kommt es ja schon sehr darauf an, dass Sie etwas anhaben, das innen ist. Und da hat GOP jetzt ein paar ganz tolle Bekleidungsangebote, und zwar tragbar für jedes Familienbudget. Die originellen Techstar Sweatshirts, die gibt es in der pflegelechten Kombination 50% Baumwolle und 50% Acryl. Sie sind in zwei Modellen und in verschiedenen Farben erhältlich in der Grössen 104 bis 176. Das sind die beliebten Techstar Manchester Jeans für Kinder aus 100% Baumwolle, erhältlich in der modischen Mittelripp-Ausführung. Es gibt sie in drei verschiedenen Farben in der Grössen 98 bis 176. Der topmodische Techstar Lember in diesem originellen Karostoff aus pflegelechtem Acryl hat das Nylonfutter. Der Kragen und der Bund sind gelismet und die Grössen gehen von 116 bis 176. Im neuesten Westernstil sind die Techstar Blutjeans aus 100% Baumwolle Denim. Sie sind schon gewaschen und haben fünf Taschen, vorne eine mit Reissverschluss. Die Grössen sind 98 bis 176. Zu den Manchester Jeans gibt es erst noch gratis den glatten Schlüsselanhänger. Und zu den Blutjeans, das lustige Taschenlämpli. Sie sehen, bei Coop gibt es ganz glatte und sportliche Kinderkleider zu günstigen Preisen. Und jetzt kommen wir zu der Fitnessinformation von Coop im Zusammenarbeit mit der Schweizer Sporthilfe. Ein Coop Fit-Tipp. Heute mit Stefan Niklaus, dem Schweizer Rekordhalter und Achter in der Weltrangliste vom Zehkampf. Nach dem Lockeren machen wir gerade einmal eine ganz einfache Übung. Wir legen uns ausgestreckt auf den Rücken, richten uns auf und greifen mit den Händen nach vorne. Wir probieren das gerade einmal alle miteinander. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Gerade auf der nächsten Skisaison ist es wichtig, dass man etwas für die Fitness tut. Wir kommen gerade zur zweiten Übung. Und ich mache es dir gerade einmal vor. Und wir probieren es gerade einmal alle miteinander. Danke schön, dass du mitgemacht hast. Mit dieser kleinen Anregung für jeden Morgen vor allem das Morgen verabschiedet wir uns jetzt. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Die Textar Kinderbekleidung gibt es jetzt bei Coop besonders günstig. Lember ab 35 Franken, Blue Jeans ab 15 Franken, Manchester Jeans ab 12 Franken und Sweetscharts ab 14 Franken. Je nach Grösse. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop gibt es bei Coop 1 Liter Himbeerensirup 3,20 Franken, 2 Dosen fixfertige Midi-Röste 2,80 Franken, Aufschnitt in sechs verschiedenen Sorten per 100 Gramm nur 1,10 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, 400 Gramm Linzerturten statt 3,10 Franken nur 2,70 Franken. Ein Liter Spezialfrittieröl statt 4,20 Franken nur 3,70 Franken. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt drei Stück Darmeslips aus 100% Baumwolle für nur 6 Franken. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.